allgude herzlich willkommen zu einem weiteren genshin impact tips und tricks video hier auf unserem kanal heute ohne umschweife direkt zum thema und zwar amazon prime gaming twitch prime whatever hat twitch drops loots wie auch immer sich das ganze nennt im angebot für genshin impact und das sollte man definitiv mitnehmen es hat im juli angefangen als ihr habt noch ganz genau ein tag zeit um euch die juli loots zu sichern mit 60 uhr gestein acht büchlein und fünf pizzen by the way macht euch keine gedanken den code habe ich schon eingelöst den kriegt ihr nicht mehr aber quasi ab 11 august kommt ihr dann direkt hier mit mit den ärzen mora und harz um die ecke für september sind tatsächlich sogar zwei paketchen geplant für oktober eins von november wieder zwei und für dezember eins ich bin mir da noch nicht sicher ob das hier einfach ein anzeige fehler ist damit sie dass die die liste da voll kriegen oder ob es tatsächlich zwei gibt bin ich mal gespannt aber egal solltet ihr twitch prime haben amazon prime haben nutzt die gelegenheit nehmt euch das noch mit was es hier gibt einfach hier den den code kopieren dann jeweils auf pc mobile phone playstation starten code einlösen und ihr habt die ganzen sachen in eurem postfach also ganz einfache sache nehmt's mit sollte man machen das war es auch schon ich hoffe es hat falls es noch nicht gewusst hat euch ein bisschen was gebracht von daher wünsche ich euch eine gute zeit bis zum nächsten mal bleibt gesund macht's gut tschüss 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 tschüss